So, schönen guten Tag liebe Patientinnen und Patienten, ich begrüße Sie recht herzlich zur Rückenschule Teil 1. Mein Name ist Christine von Weber-Kruschow, bin Oberärztin hier in der Orthopädie und werde Ihnen in der nächsten Stunde etwas über Ihren Rücken erzählen. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht, kleine Tabletts mit ein paar Wirbelkörpern. Die Wirbelkörper sind alle gleich aufgebaut und zwar sind Sie oben in der Halswirbelsäule recht zart und werden dann immer kräftiger und größer nach unten hin. Und diese Wirbelkörper passen alle aufeinander, die 24. Und jetzt haben Sie ja alle einen Sitznachbarn, jetzt nehmen Sie mal und legen die Wirbelkörper aufeinander und dann sehen Sie, dass die Wirbelkörper aufeinander passen. Sie können ruhig zusammenrücken, dann haben Sie es ein bisschen einfacher. Der Herr hier hat das schon recht schön gemacht, der war ganz fleißig, hat schon vier oder fünf Wirbelkörper übereinander getan. Ob Sie mal nach vorne kommen könnten bitte mit Ihren fünf Wirbelkörpern und zwar zeigen Sie doch mal, was entsteht, wenn die fünf Wirbelkörper übereinander gelegt werden. Ein Loch und dieses Loch wird zu einem Rohr oder zu einem Kanal. Und wissen Sie, wie dieser Kanal heißt? Spinalkanal. Richtig, Spinalkanal. Und wissen Sie auch, was in diesem Spinalkanal läuft, was da lang geht? Die Nerven und die Nerven haben einen Namen und der Name war, Sie hatten es richtig gesagt, Rückenmark. Haben Sie auch gewusst, stimmt? Ja, sicher. Gut, wir danken Ihnen. Jetzt haben Sie ja alle Ihre Bandscheibenprobleme und es gibt sicherlich einige von Ihnen, die mal mehr und mal weniger starke Schmerzen haben und es gibt vielleicht auch jemanden, der permanent Schmerzen hat. Ist das der Fall? Ja. Okay. Dürfte ich Sie bitten, mal nach vorne zu kommen? Wie sieht es mit Schmerzen aus bei Ihnen? Wie soll man sagen? Das ist ein reines Brummen. Ein Brummen. Und das strahlt runter. Wenn ich jetzt hier einen Reiz setze, gucken Sie mal alle, was ich mache. Wie ist das so vom Gefühl her? Wenn Sie stoßen, ja. Ist das angenehm für Sie? Ja. Ja. Für ihn ist es angenehm. Ja. Ich glaube, ich brauche gleich Hilfe. Mir tut schon der Daumen weh. So, wenn ich jetzt meinen Daumen wegnehme, was passiert dann? Spüren Sie den Punkt noch? Ja, auf jeden Fall. Sie spüren den Punkt noch? Auf jeden Fall. Der Herr, wie heißen Sie bitte? Herr Hammauer. Der hat sehr, sehr schön uns allen klar gemacht, wie ein Schmerzgedächtnis funktioniert. Dafür gibt es erstmal Applaus. Nehmen Sie wieder Platz. Sie haben uns sehr geholfen. Das Gehirn hat sich diesen Reiz gemerkt und der ist verankert in Ihrem Gehirn. Und das nennt man Schmerzgedächtnis. Dagegen muss man etwas tun. Dafür sind wir da. Haben Sie Rückenschmerzen gehabt stärkster Form mit Fehlhaltung? Ja. Waren Sie schief und krumm? Ja. Sie dürfen mich jetzt mal so hinstellen, wie Sie zu schlimmsten Zeiten gestanden oder gegangen sind. Also erstmal einen steifen Nacken. Also ja, genau. Und ich glaube, das sieht ungefähr so aus. Und ganz verkrummt gehen. So. Ja. Gut. Ungefähr so. Gut. Vielen Dank. Dann nehmen Sie mal Platz. Und ich versuche jetzt mal, die nächsten fünf Minuten in dieser Position Ihnen etwas über Schonhaltung und Wirbelsäulenmuskulatur und Schmerzen zu erzählen. Gibt es Fragen dazu? Die kommen später. Die kommen später. Heute Abend, wenn Sie dann im Bett liegen. Oder heute Abend beim Abendessen. Wenn Sie beim Abendessen den Sitznachbarn angucken, der dann so da sitzt. Oder beim Fernsehen. Und dann sagen Sie, du sitzt aber gar nicht gut da. Achte mal ein bisschen auf deine Körperhaltung. Setz dich mal gerade hin. Ja. In dem Sinne, alles Liebe, alles Gute für Sie. Und wenn noch Fragen sind, stehe ich gern noch zur Verfügung. Vielen Dank.